Ebenix. Haben Sie Geld investiert? Dann war das eine Fehlinvestition. Ihr Geld ist weg, ist Betrug. Alles ist Lüge. Nichts ist echt, nur Schein, kein Sein. Was können Sie tun? Gibt es überhaupt eine Chance, dass Sie Ihr Geld zurückbekommen? Die Chancen sind größer, als Sie sich das überhaupt vorstellen können. Aber wie das geht, das bereite ich am Ende dieses Videos. Also schauen Sie sich dieses Video bis zum Schluss an. Da sage ich Ihnen, wie Sie Ihr Geld zurückbekommen können. Hallo, ich bin André, Anwalt Jochen Resch. Zum Thema Ebenix. Verwirrende Spuren, erst einmal Telefonnummer in England, dann führt die Spur nach Estland, wiederum zurück in Karibik. Alles aber das typische Muster, nichts Außergewöhnliches für uns. Verwirrend und klar, Betrüger wollen sich doch nicht verfolgen lassen. So einfach der Grund. Alles ist Betrug. Was können Sie tun? Manche gehen zur Polizei, sind sich aber vielleicht nicht immer darum klaren, dass eine Strafanzeige der Bestrafung der Täter dient, aber nicht zur Wiederbeschaffung des Geldes. Also wenn Sie Ihr Geld zurückhaben wollen, kommen Sie an der Stelle nicht viel weiter. Wir machen das anders. Wir verfolgen das mit gutem Erfolg, mehr als sich die meisten das vorstellen können. Früher sagte man, Geld ist nicht weg, sondern nur anders. Wir können das heute ergänzen. Wenn man die richtigen Werkzeuge hat, dann kann man Geld digital verfolgen. Und das machen wir. Wie das geht, will ich Ihnen gerne erklären, wenn Sie mich anrufen. Unter 030-885-9770. Oder besser noch, gehen Sie mal auf unsere Website. Da folgen wir den Link. Lesen Sie den Artikel. Und Sie finden dort dann auch einen Fragebogen. Wenn Sie diese Fragebogen ausfüllen, dann bekommen Sie von uns eine kostenlose Einschätzung Ihres Falles. Wir sagen erstens, ob wir den Fall überhaupt übernehmen können. Er muss hinreichende Erfolgsversichten haben. Wenn ja, dann sagen wir Ihnen, was wir konkret machen und was es kosten würde. Denn, wie gesagt, diese Einschätzung ist erstmal kostenlos. Mit der Einschätzung haben Sie alle Informationen, Sie kennen alle Fakten und sind deshalb in der Lage für sich zu entscheiden, warum Sie sich anschließen wollen. Sie selber wissen am besten, warum Sie Ihr Geld zurückhaben wollen, oder? Gut, coolür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schatz! Puh! Pf! Pf!